Wir haben heute noch ein paar Jahre, und wir sehen uns noch ein paar Tests und mit Weiß. Warum haben wir die Gemüse mit der Kurzzeit gemacht? Wir haben gelähmt eine Mischung mit drei Schüttes, wenn es kommt die Gage. Der erste Schüttel ist ein Schütz-Ramaya. Die Gage haben alle Gage aus ihrer Geschicht. Alle Dächer von der Stutt haben sie wie ein größer Geschicht. Wir haben die Gage gehalten. Wie lange die Hight-Diffense ist nicht mehr als 10 oder weniger als 10 Wochen dass sie von einem Dach aus der zweiten Schüttel sind. In der Tat, die Gage sind alles größer. Ich sehe mich an, aber ich habe gesagt, nein, ich habe nicht gemerkt damit. Wenn du verstehst, dass jeder Hight-Diffense ist separat für dich. Das heißt jeder Hight-Diffense ist großartig und wenn sie nicht mehr als 10 Wochen die Gage mit der Stuttel sind und die Schüttel sind. Sie sind die selbe Sache mit dem Dach. Jeder Dach ist das Schüttel für dich. Sie sind die 2 Nischen für die Gage mit dem Gage mit der Gage mit der Schüttel sind und die Schüttel. Ich komme zum Beispiel, die ich bei Michael erzähle mich nicht nur von einem Dach kann ich lieber trinken zum zweiten Dach, nur von vielen Zeilen, von Kaffee-Foys, das sind alles andere Sachen, einzelne Groups, einzelne Categories, und in diesem Beispiel, du trinkst jede Sache, die sie gewöhnt, in den Schauspielern, du trinkst das, von dem Dach, zum Kutzer, zum Kaffee, das ist alles eine größere Sache. Es ist sicherlich, dass du mit dem Bildschirm bist, an dem Bildschirm gesagt hast, dass jeder Dach unter dem Versicherheit ist, und wenn meine Türen nicht trinken, fünfmalen Dach gibt es zum zweiten. Wenn die Gimur gehört, die Frage ist, wo ist es auf meinem eigenen Dach? Keine Ahnung, in der Gimur gehört, oder nein, ob du ein Problem auf meinem eigenen Dach riechst? Es tut mir die Gimur jetzt, und es tut mir die Gimur auf den Test, und mit der Lef hinten bei der Zwei-Pintlach. Sog die Gimur. Ich habe mal gelernt. Rabe, wo man ein Metall-Tlen-Boi ist, bei der Lef. Sog der Rabe, als ein eigenes Dach, der Gimur ist dann Dach auch offen, und zu der zweite Dach, wo es eh ist außer auf dich. Immermeile sog ich, es ist offen, zu dem Mokken auszuläu. Immermeile, ist der Dach auch außer auf dich zu zogen. Immermeile, die Gimur sagt, in der Mitte der Lef. Die Gimur sagt, Du möchtest dein eigenes Dach. Das heißt, du hast dein eigenes Dach. Sog der Gimur, steh nicht. Auf dein eigenes Dach, kennst du den Gimur. Die Gimur jetzt Masber, wo du jetzt sagst. Sog die Gimur auszuläu. Bei der Gimur ist eine Kürreis, die keine Ahnung mehr leuchtet. Das ist Klua. Tom, ich kann Klua sehen, die Gimur aus dem Haus. Das heißt, die Haare kleben nicht zusammen. Ich meine, ich kann sehen, wie jetzt alle vier Seiten von dem Haus. Dann muss ich die Gimur auszuläu. Auf jeden Fall sagt die Gimur, was jeder eine Maske mehr. Als ich kein Zogen darloch auf dem Haus. Das heißt das was. Als ich kickere und die Mekrices von dem Haus. Kille zige dayem war der Tarof. Immermeile, kick ich sehr unkille. An der Menschen machen Mekizze ein Rimmann Dach. Immermeile, zuge ich die Gimur an. Sog die Gimur in der Sache, als Thomas Klua und Mekizze ist nicht Kureis. Sog ich die Luchw in der Garofen. Immermeile, zog ich, die Mekizze ist gayem war der Tarof. Halt jeder eine, kann man drücken auf der Dach, und du kennst gar nicht den ganzen Dach. Na wo ist, Kiepli, gewähne gewähne Machleikes zwischen Rav mit Schmiel, bei Mechitze, ist ein Einziger Kuras, damit die Mechitze ist nicht gewähne, das heißt, der Hasen geklebt zusammen. Wenn du meinlich kennst, das sehen alle Mechitze, du ist schon gewähne Machleikes zwischen Rav mit Schmiel. Rav, wo man einbethalten, bei der Rav gesucht auf der Zazach, kennst du nicht drücken. Va wo ist, Eile Bedeale Dames, Neue Bedeale Dames, va wo ist, weil er im Rino geht erst zu dem Mechitze, weil in dieser Fall, kann ich nicht sagen, Gedeatzige Mechitze seh. Wen kann ich sagen, der Lauf auf dem Gedeatzig, als wuss, als ich kieke und der Wind, kielle sich einher rauf. Das ist Daffke, wenn ich kann seh alle vier Seiten, ich seh alle vier Wend, da muss ich sagen, ach, kieke und der Wind, kielle sich einher rauf. Machen sei ein Mechitze von Mandach. Immer Meile kann ich tun, weil ich kieke und Mandach hat ein Gehege Mechitze. Aber Thomas ist der Fall, als wuss eine Nekur ist, als ich kieke und der Wind, weil sie kleben sich zusammen. Herr, kann ich nischung, kieke und der Mechitze seh. aber in dieser Fall, wieso ich nischwied, es ist nicht mehr Mechitze, wie ich kieke und der Mechitze sehne. Und sie hat ihn gesagt, sie hat ihn gesagt, dass er achtetle, in der Kieler hat er mir als ich das war, als ich in der ganzen Welt habe, weil er erzählt, dass ich mich mit Schiedze seh. und sie hat ihn gesagt, so dass er noch ein Gehege Mechitze seh. Aber in dieser Fall, in der Fall, in der Fall, in der Falle, in der Falle, zwischen den Orden mit einem Schlavenhaus. Das ist eine Art, das siehst du doch wie man dir... Wie ist der Schlavenhaus? In meiner Sicht, die Wand einschneiden, in der Flur, in der Flur, in der Flur, in meiner Sicht, kann ich sagen, dass viele gedassig sind, viele mit den Hasen kleben zusammen. In meiner Sicht, die Familie, wenn du dich mit deinem Schlaven hast. Rafe gehalten, ich kann mich sagen, gedassig, wenn ich nicht in der Flur gehe, wenn ich nicht in der Flur sehe, in der Wind. Nur aus dem Versuch, wenn ich die Wand schlafe, ich schlafe auf den Wind, dann sage ich, das ist nicht gestiegen. Wenn ich so ein Gedassig so dass es kein Kluzer in allen Menschen ist. Aber in dem Moment, wo es alle zusammen ist, kein Mensch ist so ein Künstler, was ich sage, dass es nicht so ist, es ist so ein Künstler. Es ist so ein Künstler, wenn es so ist, dass es so ein Künstler, wenn es so ist, wenn es so ist, dann ist es so ein Künstler. Ich will dich sagen, dass es ein Künstler ist. Ich sage dir das, dass alle Menschen und alle waren zum Künstler. Er ist so ein Künstler, und ich sage, dass alle Menschen und alle Menschen viaаются zu einen Künstler, weil wir sagen, dass alle Menschen sie sich ansprechen. Wenn wir sagen, dass wir so nicht so ein Künstler sagen, dass alle Menschen sie sich ansprechen. Ich sage, dass alle Menschen sie sich ansprechen, dann radiant sie sich ansprechen, und das ist so ein Künstler. hacking ihre Fragen, und sie kennen keine Trogen auf dem ganzen Dach. Na wo ist alles von Trenn, auch nur viele Trenn, sind sie gehalten? Also ich kenne das so einen Gedannten. Immer mehr, ich kenne dich nicht auf dem Dach, im Vieh Amas oder in deiner Kassie, aber in dieser Zeit sind schaufe und wirklich alle R screeninger in Hoge. Was ist die Idee, dass jeder Riss für sich allein aus dem Dach und meiner Rede, jeder Dach kann keine Trennerei von sich allein, aber das stimmt doch nicht mit Rien. Sie sagt die Gmura, Amri, bei Rav, beschmeid Rav, nicht das hat Chachum gemeint. Na, wo es? Schleu et haltel, beißt Amos bei Gagzeh, beißt Amos bei Gagzeh. Sie sagt also, wo es Chachum am gemeint zu sagen, also ich will nicht. Sie sagt so. Sie sagt Rav, ich sage bei Amas, jeder eine kann Tugend auf seinem Dach, keine Tugend aller Dames. Na, wo es? Sie sagt so. Ich habe alle Dames, ich sage so. Zwei Amas, und zwei Amas, und zwei Amas, das heißt, Sie sagt, ich mache das Trick. Zwei Amas, und zwei Amas, und ich sage noch vier Amas. Es ist Rav Masber, dass ich mich ausbrechen will. Also, wenn ich sage, ein Kollege, ist der Trick der Arzt, will ich sagen, dass die von links, hat gut verloren, bei den Schuchern von rechts. Und ich sage, wenn ich sage, ein Kollege, der Trick der Arzt, dann sage ich, dass die Künstler auf dem Dach ist. Sie sagt, Rav, nein, aber das ist nicht, die Künstler ist nicht, die Künstler ist nicht der Künstler. Und es gibt noch vier Amas. Wenn ich sage, dass Sie wissen, dass die Künstler nicht mehr von einem Dach ist, und sie sagt, dass sie jetzt nicht mehr für den Tzern ohne Dach ist, dass sie wirklich kassier sind, oder andere Dinge ist, oder dass sie noch kassier sind. Und Sie sagt, dass von der Böse, wenn wir hierhin echte Künstler, wenn wir sie sagen, dann sagt er, dass der Böse, dass das Böse, die Böse, auf dem Böse, die 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 Böse, Raffnetze habe ich gesungen, dass auf einem eigenen Dach, keine Norde tragen bei der anderen Dach. Ich habe nicht dabei ein Schmiel, aber bei der Termin von Schmiel tun die Samgata-Preise. Und wo soll sie gesucht von der Preise? Eine Preise steigt, einlehen Elu-Gaggon, als die hohe Norden Dach. Wenn die Preise gesucht, einlehen Elu-Gaggon, wo du es an Preise zu stammen, die Preise gesucht, einlehen Elu-Gaggon, dann, wo du es an Preise gesucht, dann, wo du es an Preise gesucht, wo du es an Preise gesucht, wo du es an Preise gesucht, die hohe Norden Dach. Das heißt, vielleicht auch das Dach. Die Reise gesucht, aber die hohe Norden Dach. Dann, du hast die Schmiel gesagt, das ganze Dach gesucht. Nichts wie Raff gesucht, nicht in die Hohe Norden Dach. Und in der revine die Zeit sie haben mit der Preise gesucht, was sie tun. Tueine, die Cochne Ahlen Second Ohne 선�оль, dass du es an der gottaisen. Ist etwas besser als die Mischner durch die Kinder, die nicht unterhalten, die die Arme ist bei Gagzeh und die Gagzeh? Also wenn die Mischner aus der Reben anheizen, mit der Luschen nachher kommen, aus der einen gesagt hat, dass man nicht nur zwei Arme ist du, in zwei Arme ist du, wo kann ich dir das selbe sagen? Beiß die Arme ist bei Gagzeh, ich beiß die Arme ist bei Gagzeh. Wenn der Preis sagt, die Einleitung der Gagzeh ist, meint nicht, dass sie den ganzen Tag sagen. Nur wo ist der Arme ist, dass du nur vier Arme ist. Nur die Preise will dich umwohnen und suchen, dass du wissen, eine Menge Gagzeh, du hast nur dein eigenes Dach. Aber nicht, dass du meinen, die Kinder machen Spiele mit den vier Arme, und legen zwei Arme auf dem Dach und noch mal zwei Arme auf dem Dach. Dass du wissen, eine Menge Gagzeh, der einzige Platz für die Mischung ist dein eigenes Dach. Aber so traf nicht den ganzen Dach, nur die vier Arme, und sie können Puscht und sie wohnen, dass du nicht legen, zwei Arme bei dir und noch mal zwei Arme bei Lanschuchen. So die Gagzeh, sagt er Eusuf, So die Gagzeh, So die Gagzeh, so das Gagzeh, sie sagt, dass sie sich nicht auf der Gagzeh unter dem Gagzeh. So das Gagzeh, das ist kein Gagzeh, das ist ein Leben zusammen. Das heißt, das ist kein Dach, wie das Unterricht von der Gagzeh. Das ist kein Gagzeh. Das ist kein Gagzeh, wie ein Dach auch auf dem Dach, den Gagzeh. Das ist ein Dach. Herr, die kommen hier in den Karten. Das ist ein Karten, wie wir es nicht in den Karten haben. Sie haben zu tun, wie wir es nicht in den Karten haben. Und Rabe Iosef sagte, dass er das Wort sagt, er ist ein Karten, ein Karten, also kein Karten, Das war die Liebe. Die Liebe, die sehen Sie an der Karten von Rabe Iosef. Es macht so viel Glück, denn sie sehen uns nicht ins Gute. Sie sehen sich in der Karten, dass der Karten der Karten, die die Karten haben. Die Liebe, die sehen Sie an der Karten, Rebbe, hat Amas Nihalon, die Ebersteus hat uns gesucht eiz. Und ich halte demanen, war er Amas Nihalon, und auf dem Membros, die es uns gesucht. Weil der Halluche ist, gar Gudeuil ist so möglich für Kuten. Also ich hab zwei, ein größer Haus mit der kleinen. Jetzt der Halluche ist, gar Gudeuil, der größte Dach ist der Gudeuilmitte, und der Kuten, außer Zigein auf dem Dach, zu trinken auf dem Dach, ist der Halluche auf dem größeren Dach auf dem kleinen Dach, ist der Halluche zu trinken. Und ich höre die Pshatis also, die Gmur Fashtan, und verwirr, auf dem größeren Dach, weil ich so gedeuze, ich kicke und die Mechizes, von den Haaren und Haaren, ich halte sie auf. Also du doch hafstig, in der Masse, ich hatte ich sogar Mechizes, die Mechizes, verwirr, weil dort noch ein kleiner Haus, auf dem Zugeich, ich hatte ich die zwei, von den Zaten. Und in der Maile, kicke ich dort, mach ich gedeuze. Pshatis, also die Mechizes, die größere Haus, die größere Haus, die Mechizes, bei Aizem, von alle Zaten, kicke ich dort, wie die zwei treffen sich, wie die kleine Haus, mit der größere Haus treffen sich. Und in der Maile, ich sage euch das so, also hier ist die Mechizes, von beiden Zaten, kicke ich dort, wie diese Zatir, wo es gedeuze, von der größere zu der kleinen. In der Maile, die größere, mit, bei Aizem, mit Mechizes, von den traditionellen Zaten, noch dort, wie die kleine mit der größere, treffen sich, dort, wie es pusht ein Tier, auf die Rebe zu gehen. Wahrscheinlich, kein der kleine. Der kleine, hat mich leider nicht gönig. Es hat nur drei, es hat nur drei, es hat nur drei, aber die Fäder, mich nicht zu viel. Es ist offen, die ganze, die zweite, die größere Haus, das ist außer auf dem kleinen. Und in der Maile, ist der ganze kleine, außer. Es ist auf dem, es sagt, Yosef, auf dem Preis, hat Yosef gesagt, wo andere es landen hat. Er hat beide Mannen von Yosef, die haben Yosef gezogen, als Omer, wie Ido, wie Ido, wie Ido, und er hat gesagt, Leu, schuhne, Eilu, sie, die Jiren, als sie, die Jiren, und er hat gesagt, wenn er der Hezbe gesagt wurde, als der größere ist Mitte, und der kleine ist Außer, nur sie darf gehen, als Menschen drehen sich dort, in der ganze Zeit. Leu, ich weiß nicht, die Jiren, und die Jiren, auf dem versteht, der Havela, er ist der Kutte, die Erkutte mit den Rassern. Denn die müssen wir uns sagen, dass der Kutte, wenn man sie nicht erlebt hat, wie bald Menschen halten einen hier hin, unten. Ja, wir schauen uns über die Erkrankung. Die Erkrankung werden, weil sie die Erkrankung nicht mehr als die Erkrankung einvater, der Kutte, als sie nicht mehr mit dem Fokus. In der Maile, ich sage, die Größe ist Mitte. Aber wenn ihr schon mal in der Gäuille, von drei Seiten hat der Gehege Mechitzes. Von der vierte Seite hat der Gedanfaus, hat der Seite, der Seite gesticklich, wo es der so ein Gedäßig auf der Ruf ist, aber im Mitteln der Loch, das kriegt man wie ein Tier. Aber wenn ein kleines Dach hat nur Mechitzes von drei Seiten mit Gedäßig, wenn ein kleines Dach hat, wie es sich mit den Größen trifft, dort kann ich nicht sagen, Gedäßig, weil Menschen gehen dort. Wie viele Menschen gehen dort, heißt es Mechitzene Dreses, wenn ein Mechitzes von der Rufkirn von der Einten auf der Rufkirn, wenn ein Rufkirn, aber Menschen gehen dort, wenn ein Mechitzes von der Luchkirn in Gedäßig. Ja, aber es ist schon ein Gedäßig. Aber es gibt einen Gehege, aber es gibt einen Gehege, aber es gibt einen Gehege, also Menschen gehen dort, und die Menschen gehen dort, wo es sich mit der Luchkirn, zwei Meter. Wie viele Menschen gehen dort, wo es sich mit der Mitte ist. Es ist eine Mitte, aber es ist ein Drei-Kursch, der Fall ist ein kleines Dach, aber in der Mitte ist ein paar Gehege, Es gibt noch einen Besuch auf den Pesach in der Bibelzeuge, wenn man die Bibelzeuge begann von den Großen klein ist. In dem Fall gibt es die kleinen nicht auf den Großen. In dem Fall, die kleine sind auch über den Meter, weil die drei Geschichten sind auch in der Geschichten. In dem Mittleren ist es auch ein Geschenk, wenn sie sich auf den Ruf begann. Wie bei uns ist es leidig. Kein Ruf kam auf die Geschichten von dem Ruf. In dem Fall macht es ein Zeichen, dass die Geschichten auf die Geschichten hat es nur kleine mit den Großen. In dem Fall sagte ich mir, dass er bei uns an der Zierer von Yosef Siehst du doch klar wie du, Rav Yosef? Als Schmiel sagt, die ganze Sibbe ist du, vor wo der Kleine ist, außer wo Menschen drehen sich dort. Aber wo alten Menschen sich nicht gedreht sollten. Aber so ja, warte, was man jahre mit ganz Zeichen von Größe, in Zeichen von Kleinen. Siehst du doch, ist der Mann, Rav Yosef? Der Mann dabei ist an Rav Yosef? Siehst du doch von Kluf und du? Und das ist ja gerade von der Sache. Das Gerät von Mechize ist von einem Haus, das klebt sich zusammen. Und das ist gesagt, Siehst du, Rav Yosef? Als was? Aber ich kann sagen, dass sich viele, wenn der Hose klebt sich zusammen. Und ich denke, der Mann, Rav Yosef? Siehst du nicht, dass er kein Mensch gehört hat, denn dieses Mädchen hat uns gebracht, den Mann, Rav Yosef? Und sie ist klug gesagt, dass die Kleine auch wie die Mitte, wenn man gewinnt hat. Das ist doch eine Reihe. Also ich kann sagen, dass sich viele, wenn die Hose klebt zusammen. Ich sage die Mutter, Oma Leih! Hat Rav Yosef zurückgezogen zu Rav Yosef? Oma Leih! Oma Leih! Oma Leih! Oma Leih! Oma Leih! Du hast das falsch verstanden. Ich habe ganz neppes andere, dass ich sage. Und ich sage, also ich sage, die Hosef, die Hosef, die Hosef, die Hosef, die Hosef. dass Sie von der Hosef und das ja selbst in meiner Hosef Die Hosef ist eine Hosef. Und dass sie auf der Hosef die Hosef, die Hosef, die Hosef und die Hosef. Aber die Hosef, die Hosef zu wenden, das ist ein Schafschaub. Das ist ein Schafsschgeräusch. Das ist eine Schafsschschule, und das ist ein Schafssch. Die Schafsschein wird den Schafssch und die Schafssch ist nicht sicher. Und dann kommt das Schafssch, der Schafssch ist nicht so, dass die Schafssch eine Sitzung Aber es ist nicht so, aber es ist offen wie die Schafssch, der größte Dach. und noch mal so gut dann dieser klein ist Ausser und dann diese paar Spuren wird aber es gibt einen beruflich und du hast mich nicht um Sie zu verüben das erzählt, du hast mich nicht um Sie zu verüben aber du hast mich nicht um Sie zu verüben und das ist nicht um Sie zu verüben und in einem anderen Fall wir sind noch ein anderes Kitzchen dann sage ich und sie Du wolltest euch sagen, nicht so dass ihr es mit Frieh gewollt sagen, dass beide sind in der Mitte. Nein! In diesem Fall sind beide aus. Aber wo sind beide aus? Dann sagt Rabbi Yosef, die größte ist aus, weil er noch drei Wände hat. Als ich mich wollte sagen, dass der Pferd ist doch mit zwei kleinen Wände in der Mitte. Dann sagt Rabbi Yosef, nein! Wenn ich euch sagen kann, dass du gesagt hast, was du hier gemacht hast, dann darfst du gehen, als ich auch ein Gehege merkezze. Als ich auch ein Gehege merkezze, als du in der Mitte, dann sage ich, oh, weißt du, dass ich viele in der Mitte und ich sage, du bist du am Pferd. Was ich einkann, Thomas ist ein ganzer Leidig, das heißt nicht, du kamen echte Gehege merkezze. Wenn ich einfach losse mich auf die Gehege merkezze, dann sage ich, ich nehme den Wind von der Seite, ich rieche mit vielen Zeigern herauf, und jetzt, wenn wir sagen, zwischen der Größe und der Kleine, du am Pferd, das kann ich nicht sagen. In der Mitte kommt doch raus, also wie der Kleine ist offen zu der Größe, in der Mitte der ganzen Kleine raus, ist der Größe auch aus, weil es ist offen zu der Kleine. Und ich kann nicht sagen dort, die ich heilig, wo sie verbinden sei zusammen an dieser Pferd. Auf wen kann ich sagen nach Pferd? Du bist der Daffgasse, aber Gehege merkezze. Als du Gehege wirst, kann ich sagen, weißt du, dass die ich heilig, wo sie offen kicken, kommen wir nach Pferd. Masche einkein, Thomas der Grüne ist dort. Kann ich nicht sagen, als dort bist du nach Pferd. In der Mitte kommt doch raus, die größte ist offen zu der Kleine. Das ist so, wie die Kleine ist offen zu der Größe. Immermeile sind beide raus. Immermeile, sagt er bei Josef, sie hat bei ihr, die Kiste bin ich brengen, wenn du eine Reihe, also ich sage, geht assig, wenn beide kleben zusammen. Verkehrt, ich sage nicht, geht assig, wenn beide kleben zusammen. Immermeile, sind beide raus. Immermeile, sagt er bei Josef, das ist, dass ich dich gesagt habe. Ich kann keinmal durch Gehege zusammen sagen, zu sagen, wenn zwei Hase kleben sich zusammen, also ich kann sagen, geht assig im Mitten. Immermeile, sage ich, also, dass du auch Gehege wohnst. Freg dich, ich verstehe, frag dich ein paar Mal zurück, ich verstehe. Wo er die Hase sagt, die hat doch gesagt, dass du von der Hase sagst, das heißt, wenn du es zurückbringst, in der nächsten Video, hat er gesagt, dass du, ich sage nicht, dass du die Hase sagst. Und du, jetzt gehst du mit Tosch, in der ganzen Sache. Also, man hat gesagt, du wirst nicht, du kommst, aber man sagt doch von der Hase. Ich meine, wie kommt dir an, wenn du das Wort mit der Hase sagst? Es ist wahrscheinlich eine Bescheid, wo du sagst, dass du auch nicht mit der Hase sagst, aber diese Form zu liegen. Es war einürü Eher, das Wort. Schluss nichts mit der Werteussen. Ents合 die Gm Hillary? Sie hat gesagt, sie sagte doch hin Und sie hattebew coment, dass du kurz bist, Aber es sagt von der Kirche, die sagt auch, und die ist schon extra, dann kommt ja das mit dem Kriter. Die ist einfach unter die Kriterin. Das zu verabschiedet ist, dass der Kriterin auch die Kriterin um der Kriterin zu sehen. Und es kommt von der Kirche an der Kriterin, die ist auch die Kriterin. Wenn wir hier sagen, dann wird das nur noch ein Kriterin oder eine Kriterin zu sehen. Nein. Es ist nicht so, dass es ein Schicksal gibt, dass es ein Schicksal gibt, dass es ein Schicksal gibt. Schicksal ist die größte Mette, die gute Mischter in der Pfiffe. Die größte hat auch drei Kusher Wendt. Die feine Wendt ist die kleine Wendt, aber ich kann auch nicht in der Heiligen Mitten dort, wo sie sich mit der größte Mette mit der größte Mette vielleicht ist er mit der Tür. Schicksal ist aber auch ein Gehege Wendt. Und jetzt? Aber die kleine ist ein Schicksal. Es ist auch ein Schicksal. Ich wusste, dass ich am bone gedacht und ich auch wieder ruhig verstehe. Nichts, wir schleisini noch nicht in der größte Mette die kleine, die große Mettez hat sich in der größte Messe. Und sieben auch ein Schicksal Höf, dann K70. Aber es ist diese kleine Messe. Aber to das ein Schicksal ist sie mitmose aber es ist die chicken Es geht um das seus Schicksal oder nicht mehr glamour an sie eine Tritte und eine eine Fr extrem die kleine der kleine hat nicht mehr so gut aber ich denke, dass die Geschichte ist, dass die kleine die Leute aus dem Leben gut sind aber ich denke, dass die Menschen von der kleine die Leute gut gut haben. Es war so, dass die Leute sich nicht mehr mit den kleinen und die Leute gut machen können. Das ist das Bild, aber es ist auch ein Bild von dem wo die kleine hat nicht mehr so gut. Aber was soll ich sagen? Also, dass die kleine die kleine hat nicht mehr so gut und wenn man sehen willst, dann sieht man der Kind aus, und die kleine sind die im ersten Teil der der Kleinen durch die Kleinen, und das sieht man aus, was er absolut Petten, Und wenn man sehen, die größten sind, die eigene größte wird und micro gut war, und dann auch viele was er zu gut auf Pesach, und dann sehen wir uns die kleine, Man hat dann auch... und dann aber auch die kleine, so sind die kleine, die jetzt die sofort digitale, das islandierer, so ist es scheinbar. Die Frage ist, nehmen Sie sich weg von einem Gag-Kooten, und Sie sagen, dass Sie immer ein kleines Schnitzel in einem Gag-Kooten haben. Sie sagen, wenn Sie nicht so gehen oder so werden, dass viele nichts machen können, Sie sagen, dass Sie die Menschen von den kleinen, die Sie nicht interessiert haben, in dem kleinen Dach. In der Meinung, kein Kimmer der Größe, wenn er das Dach macht, er hat durch Jürgen gemacht, er macht seinen eigenen Dach, Sie sagen, dass Sie das Gag nutzen, in dem Dach. Sie sagen nicht nur, dass er sein eigenes Dach nutzen, sondern er weiß, dass er auch das kleine Dach nutzen. Aber ich habe gesagt, dass Sie das Dach gewillt haben, die kleine Gag-Kooten gemacht haben, aber auch in beiden Jahren gemacht haben Sie das Gag-Kooten. Sie sagen, dass die Größe nicht mehr so sein Geil, sondern er hat sich gehägen an der Gag-Kooten, und im Endeffekt, Sie sagen, dass Sie die kleine Wand haben, aber dort liegen die Tiere, die sich nicht mehr so sein eigenes Dach. Aber die Kooten nicht mehr so sein, weil Sie oft nicht mehr so sein können. Sie sagen, wie Sie sagen, Sie sagen, Sie sagen, dass Sie das Gag-Kooten haben, wenn sie mit dem Mouchen Dach gefahren sind, Sie hören, dass Sie nicht mehr so sein können. Zum Beispiel Dach war das Gag-Kooten, weil sich das Gag-Kooten hat typisch hietsch nicht mehr so sein. Sie sagen für Sie, dass Sie es in der folgerischen Dach Fallout haben, Sie sagen, Sie sagen, und er hat auch gemacht, es hat gemacht, es hat gemacht, er hat die Gehegeleite zu sagen, was bleibt dort für Eibig. Das Anlokh ist, hinter der Gehegeleite, was er auf dem Dach kommt, weil wir alle anderen schauen, wenn die Gönig gemacht sind, was sind mit dem, wenn sie in der Dach enthalten sind, und in dem Fall, auf der Dilex, der Gehegeleite bis jetzt alle Dach kommen, weil sie selbst sagt, wir sind ein Geschenk, das hat ein Geschenk gemacht, und der Gönig gemacht hat, als der Gönig gemacht hat, und die Seite geben auf auf der anderen Platz, denn die große Seite nimmt die große Seite von der kleinen Seite. Also sagen Sie, wenn Sie die Böden kommen, Sie kommen die Böden auf der Böden, und wir kommen auf die Böden. Wenn Sie wissen, dass Sie den Moment gemacht haben, dann schauen Sie sich das Ziel. Wenn Sie dann noch einen Stuck auf dem Dach das heißt, alle Dachse sind immer flach, Sie nehmen einen Stuck, dann können Sie noch einen Stuck auf sich. Jetzt wenn Sie die Zeit auf der Dachse gehen, Sie machen das Tier, und es ist hoch, vier. Es ist ein Luch, es ist hinterher in allen Gängen. Also wenn du noch ein Stück gemacht hast, wenn du noch ein Stück gemacht hast, dann wirst du wissen, ich will nehmen alle Dach. In der Meinung kann ich nehmen für sich die alle Dach. Also wenn du sagst bei der Leiter, wenn du mit der Leiter wirst, mit dem wirst du wissen, ich bin bei dir, und jeder eine Gunde ist gemacht, dann wirst du nehmen die ganze Sache. Das ist das, wenn du noch ein Stück gemacht hast, in der anderen Stück hast, dann wirst du noch ein Stück gemacht hast, dann wirst du noch ein Stück gemacht hast. Und wenn du auch noch ein Stück gemacht hast, dann wirst du noch ein Stück gemacht hast. Das ist, auch wenn du noch ein Stück mit dem Dach hast, dann wirst du noch nicht in der Dach aus der Leiter. Es ist nicht so in der Regel. Es ist nicht so genau wie sie dir jetzt machen will. David, sollte dir er die字 mit der Leiter, dann wirst du noch ein Stück auf den Gten, das heißt nicht, nicht zu dem Dach. Dann wirst du noch ein Stück auf den Gten, auf den Gten. Und er hat gesagt, dass du dich nicht so viel zu sagen, dass du dich mit dem Dach verèst. Du hast dich gemacht, das ist ein Stück. ist Pusht, weil ich wollte keine Ausgaben auf sein Schutze machen sicher als Schmierer. Und in dem Malen, ich mache das Tier, stammt nach dem Dach, mit dem Wasserstuhl, ich will sein, ich will nizze den Dach des Schabbes. Hier ist keine Ahnung, 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 ich habe gesagt, ich bin keinem ganzen Platz, und in dem Malen kann ich nizze alle Dach, aber Toma, der Ausgabe ist ein Tier, Sie sind gut und siehst du weg von dem Dach, wirst du mit dem, ich bin nicht interessiert in dem Dach, und ich weiß nicht, ich will nur einen Platz, wo ich keine Ausgaben habe, als Schmierer, ich will machen Sichter, also alles ist okay dort. Dann muss ich auch wissen, aber in dem Malen, bei Kempten ist der Dach im Fakert. Er mag sich nizze, mit dem Malen, aber mit dem Dach ist ein Ausser zu nizzen dort.